Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part, Let's Play Parasite Eve. Ich bin es IMC Mafix. Beim letzten Mal... Ach, jetzt weiß ich auch endlich was ist. Ach, das ist die übliche Resident Evil True, wo man seine Sachen verschanzen kann. Beim letzten Mal waren wir mit unserem guten Eier Breyer hier auf... Oh, gut, das war's nochmal gut. What's this key? Ah, Theater Key, okay. Es ist sehr schön, dass ich hier nochmal rumgelaufen bin, weil ich nochmal neu geladen habe und mir ist die Tolle angeschaut. Beim letzten Mal sind wir hier in ein Theater gewesen und haben uns eine Vorstellung angeschaut. Doch, die Vorstellung war alles andere. Schön. So. Ha, okay, jetzt haben wir den Schlüssel für die Tür. Super. Auf einmal ist die Hauptschauspielerin, hat angefangen zu singen und sagt, das ganze Publika hat angefangen, in Flammen aufzugehen. So gut wir alle sind gestorben, außer wir. Und diese seltsame Dame scheint irgendeine Verbindung zu uns zu haben, auch wenn wir keine Ahnung haben, was das bedeutet. So, unser guter Eier Breyer muss jetzt hier herauffinden, was hier gespielt wird. Bullets. Oh, sehr schön. So saddiert an so einem Schrank. Merrick, was? Kämpft ihr jetzt gegen mich? Alter, Mann! Alter! Mörderpoppekei. Der sieht gerade so süß aus. Okay, unser erster Schaden. Jetzt warte mal. Ähm. Schlussweapon. Okay, also ich kann jetzt auch hier zum Beispiel einen Club machen. Change the Club, ja. Achso, ah, okay, dann. Bam! So spielen wir auf meine Art und Weise. Ich weiß nicht, ob es gut wäre, vielleicht ein bisschen Ressourcen hier zu sparen. So für den Anfang des Spieles. So, es ist ja Resident Evil mäßig, das heißt, wir müssen auch immer ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir hier die richtigen Ressourcen finden. Und irgendwie haben wir jetzt im Endeffekt hier gar nichts gefunden, ne? Was ich gar nicht glauben kann. Naja, zumindestens, wie gesagt, wir müssen jetzt hier die Hauptschauspiel-Melissa-Name finden. Und die werte Dame scheint hier für diese abstrusen Sachen verantwortlich zu sein. Okay, gut. Also mehr gibt es jetzt hier erstmal nicht. Aber die Frage ist, wenn wir jetzt hier den Schlüssel haben, können wir dann hier noch die anderen Räume aussperren, oder? Da waren wir drin. Da. An Dr. Door. Genau, da waren wir noch nicht drin. Sehr schön. So, ich hab meinen Schlagstack. Ich hab gerade keine Chance. Oh, die Kamera, die ist schlimm, Mann. Hör auf mit den Spiegel, Mann. Die Spiegel machen mir Angst, Mann. Okay, M-O-Y-O. Sehr gut. Hier ist irgendwas, oder? Der ist Bieflein, oder? So, man muss sich echt exakt hinstellen, ne? Oder für die E-Tams. A Diary. November the 3rd, Monday. The Christmas show is set. This has been my dream. The main actress has a solo concert. At the theater in the Central Park. I took all that medication to get here. I have to get the lead part. I'll even sell my soul to the devil if I have to. November the 17th, Monday. The cast was announced. And Suzanne and I are a double cast. I want to play the part alone. But everyone knows she's good. November 21, Friday. I think I'm overdoing it. My body is getting hotter and even than ever for some reason. I better take more medicine. December the 6th, Saturday. I collapsed today. I lost consciousness after my body got hot. I don't care if I die. I just want to get through the show. December the 10th, Wednesday. I passed out again. They told me to go to the doctor and get some rest. If this continues, Suzanne will definitely take my part. I need to get better. I'd better take a lot of medication tonight. December 11, Thursday. Suzanne was burned in an apartment fire. Is it because I wanted to depart so bad? God forgive me. December 17, Wednesday. It looks like I'll be the lead. I'd better take more medication and work it. December 21, Tuesday. Opening night. Everything went smoothly. Tomorrow is Christmas Eve. We should have the biggest crowd of the season. And I have the solo concert the next day at the park. But I'm afraid. But I'm not feeling well. I'd better shape up if I want to get through this. I'd better take more medication. For what? Why is she taking so much? She must have a drug problem. Another key? Rehusky. I'm going to ask if I can't wait for a moment to come. Ganz ehrlich, finde ich denn Vorhang ist nix oder was? Das macht ja keinen Sinn. So, wir haben da hinten noch Türen gehabt, die wir noch nicht aufgemacht haben. Wir suchen natürlich alles ab, in der Hoffnung, dass wir cool Items finden. Ähm. Oder eklige Ratten. Okay, jetzt mit meinem Klapp muss ich jetzt draufhauen. Okay, kommt her. Die! Okay, den kann man locker so ausweilen. Die! Oh, super miss. Ah, das war zu weit weg, oder? Ah, ihr seht. Das ist natürlich, wenn ich außerhalb, äh, die Gegner außerhalb dieser schönen Kreise sind, dann, äh, komme ich natürlich nicht ran. Okay. Level 3. Gut. Sehr schön. Monster-Botantenratten. Also, ähm, Melissa ist natürlich hier die Hauptstadtspielerin. Das ist die, die sich hier aber, ich denke mal, als Eve bezeichnet hat. Das ist das, was mich hier aktuell so wundert. Also, irgend... Aber ich meine, sie hat es ja im Endeffekt gesagt. Sie hat ja der Siel an den Teufel verkauft. Und genau das wird sie wahrscheinlich auch getan haben. Okay, das sind jetzt hier die Backstage-Kulissen. Ignorieren wir, was hinter dieser lustigen Tür ist. Ah, Monster-Botantenratten. Ladies and Gentlemen. Ui. Oh nein, Papagei-Hauftum. Die. Ah, verdammt, Mann. Bam. Zack. Diese Papagei machen ganz schön viel Schaden. Und ich muss auch nehmen in meinem Leben. Ich seh schon, komm, wir gehen Game Over. So, Akistel? Amo, sehr gut. Oh oh. Ich glaub, ich bin schon weitergegangen. Ich wollte eigentlich gar nicht weiter. Oh nein. Kein Boss-Time. Kein Boss-Time. Kommt Boss-Time? Oh. Ich bin einfach nur hier gelandet. Okay. Gut. Weniger schlimm, als ich es erwartet hab. So, das ist unser toter Clown. Ist das eigentlich so eins dieser netten Spiele, dass wenn ich so einem Speicherpunkt gehe, dass es sich mein Leben auffüllt? Ja, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Kannst du mal schauen, wie du dein Leben auffüllst, Mann. So, okay, eine Harfe. Und was ist in dem Schrank? Okay, den Schrank kann man nicht aufmachen. So, hey, nett auf den Hintern von der Wertendame schauen. Das kürze ich nicht. Das kürze ich aber echt ganz und gar nicht. Gut. Sonne, Mond und Sterne. Normal Armor. Ist die jetzt besser als meine aktuelle? Sehe ich das irgendwie? Also, äh, Change Weapon, Change Armor, oder? Protektor, ja. Zehn und das hat zwölf. Okay, liebe Leute. Ich sehe zwar nicht, dass sie eine kugelsichere Weste hat, aber scheinbar hat sie das gut getan. Das ist ein gutes Kleid, Mann. Das ist ein sehr gutes Kleid. So. Also. Demi-Metrie ist voll. Äh, Will-Repressor-Item? No. Okay, warte, dann machen wir das doch ganz simpel. Ich habe eh Medizin voll. Äh. Heel. Ach, das ist mein super Barometer-Zeug da. Das sähe ich nicht ein. Davor habe ich Angst. Äh, aber eine Medizin, denke ich, können wir nehmen, jo. 45 heilt das? Ja gut, mach mal. Gut. Was ist hier? Eine Medizin. Ne, Offense plus. Okay, das ist, äh, Sue, dass ich da was ablegen kann in die True'n. Okay. Verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, für was das unbedingt gut sein soll. Aber okay. Weil, es sind ja nicht diese universellen Resident Evil True'n, wo ich jetzt einfach hingehe und sage, so, ähm. Wie viel, sch-sch-sch-sch, warte, warte. Kurz, wie viel Mönition habe ich? Dude, Range. Ich will nur sehen wie viel Mönition ich habe. Da, hier wahrscheinlich Mieten, oder? Ah, 54, ja gut, dann können wir ein bisschen rumballern So, weiter geht's Ich glaube, wir haben soweit alles Dann gehen wir noch mal hier hin, schon speichern Ah, ich denke, Türen haben wir alle Nein Da war ich doch schon drin Entschuldigung, das war das, wo die rennende Leiche war Ne, das war ihr Raum Also im Endeffekt, diese Melissa hatte im Endeffekt ein Deal mit dem Teufel gemacht, scheinbar Und dafür hat sie ja die Hauptrolle bekommen Ihre Konkurrenten, die Susan, die wurde darauf flambiert Und, ja, sie wurde zu einem Monster Doch die Frage ist natürlich, was diese Beziehung zu ihr, also von dieser Eve zu uns ist Das ist das, was ich nicht verstehe Scheinbar besitzen wir ja auch irgendeine Art dieser übernatürlichen Kräfte So, ich hab übrigens Als ich jetzt hier Zwischen den Parts war, hab ich jetzt einfach mal das Tutorial gemacht Ich dachte, das wäre großartig, dass man ein Kampfsystem eingeführt hat Nö, nö, nur so ein paar Bildschirme Was dir anzeigt, wie es geht Supergut, das habe ich aus den zwei Videos, die ich vom Spiel gesehen habe Aber wie konnte ich das genauso sehen Aber ich habe gelernt, dass man mit Kreis laufen kann Theoretisch Lockt ihr da Also Okay Es kann nur schlimmer werden Hier sind so viele Spiegel Ach, schieß sie Schieß Sie ist ein Monster Ach, schieß sie Nicht reden Schießen Ja Mädel Nicht reden Ballern Wer do I be the Take down The The Piano I'm Melissa I'm now I'm I I I am I am Eve Please I'm I'm getting hot Look like domination has finally come to an end once and for What? Wieso konntest du nicht einfach schießen? Wieso konntest du nicht einfach schießen? Once again What a day for the Mitrochondia To be free Has finally arrived Alter Okay Okay Aber den Lasern könnte man theoretisch auswählen Ich habe theoretisch gesagt Oh Ah Aber okay Nur einer hat mich getroffen Sehr schön Sehr gut Die Schüsse machen ihr so hart viel Schaden Kann man eigentlich diesen Drecksschüssen ausweiten? Kann ich? Ich muss mal schauen Ob man irgendwie andere Ziele angreifen kann Aber Ja Schöner Treffer Okay Ähm Jetzt ist Wartet Ähm Wartet Ich hab's gleich Ich hab's gleich Liebe Leute Das ist unser erster Bossfight, Mann Man wartet nicht so viel bei mir So Dankeschön Okay 53 wieder Sehr gut Oh Ich will mich nicht zu ihr nahe hinstellen Sie hat mit den Händen Das Kapitel zerstört Ah Verdammt, Mann Ich weiß immer nicht in welche Richtung sie geht Sie geht immer in eine Richtung Aber ich Ah Ha Geschafft Okay Stürt, Mann Döne sie Looks like you still need some time, girl Until your Mitrochondia is completely free Mitrochondia? What are you saying? I don't understand you What? Where is this? Is that Is that The little girl I saw? No It's Das ist ganz sicher sie Als kleines Kind Als sie Von irgendeinem Irgendwelche Experimente wurden Wahrscheinlich mit ihr angestellt Und ihr seht das Das ist ein zweites Bett Der Doktor Wait Mitrochondia To be free Schon wieder in die Kanalisation oder was Wir speichern erstmal Geht's erstmal nochmal ganz entspannt zurück Setz mich auf meinen Platz Und warte bis die Show vorbei ist Ich hab nämlich für diese Show Hart gearbeitet Damit ich mir am Weihnachten Gefächst mich entspannen kann Und ich möchte mich jetzt am Weihnachten entspannen So Gut Jetzt würde es mich nochmal interessieren Lohnt sich das? Na das machen wir später Ich wollte jetzt mal meine Meine Superfähigkeit hier einsetzen Wir haben ja natürlich neben hier Unserem klassischen Schusswaffen und unserem Nahkampf Haben wir ja auch im Endeffekt unsere Magie Die wir hier einsetzen können Diese Mitochondia Die wir ja scheinbar auch haben Und diese werden wir natürlich dann auch nutzen müssen Außer der Magie sagt natürlich Ha Ich benutze sie nicht Ich lasse mich nicht verführen von diesen bösen Seltsamen Sachen Aber ich denke da kommen wir nicht drum rum Und dann werden wir sie mal nutzen Wir haben im Endeffekt jetzt eh aktuell bis jetzt nur Den Heel Und ich habe natürlich vergessen Kreis die ganze Zeit zu machen Damit ich laufen kann So Schauen wir uns das gute Klavieren Nö oder? Okay gut dann Weiter ins nächste Loch Jump Wee Und mit hochhackigen Schuhen Liebe Leute man Jumpt sie So zwei drei Meter nach unten Und landet Das ist seine Frau man Das sieht nicht heimlich aus Jetzt ist das Kleid aber endgültig kaputt Ich hasse Kanalisation Ich hasse Kanalisation so sehr Es gibt nichts furchtbares als Kanalisation Okay Ratten Gut Sie muss halt einfach Eiskalt nachladen Oh 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 zum Glück sind die so ultra langsam Ah okay ihr habt gesehen Die haben zwar jetzt getroffen aber Die rate die ist ganz weit außerhalb von meinem Reichwelt Reich Barometer hier Parasites power have evolved scan Unlaced enemies and HP entweignisses Okay aber wir halten auch immer hier schön Munition Also es ist jetzt nicht so dass wir dann immer mit weniger Munition im Endeffekt rausgehen Was ja auch gut ist weil ich Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht wie das mit der Munition so richtig gehandhabt wird Aber ne überhaupt mit 244 Ja dann passt das Also es hat echt eine geile Atmosphäre das Spiel Das muss ich jetzt mal sagen So komplett so Also es ist so Es ist nicht nur übernatürlich Es ist auch so unnatürlich Also nicht einfach Es ist Oh mein Gott Was bist du Alter was bist du für ein hässliches Viech Aber Machen wir erstmal die Ratten Alle Und dann geht es zu dir Alter man Alter der trifft mich auf die Empfehlung Oh 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 Tja und schon geht unsere Medizin gleich nach unten So mit hoch an dem Paar Hält aber nur 30 Alter Oh oh Okay in der Luft man Der war cool man So Oh Ist das Bossfighter oder was man Weg 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 Sehr gut Also wenn er alleine ist Ist er nicht schwer Ha Hui Hui Okay Das sind keine Gegner Die ich mir im Nahkampf bezwingen muss man Und das ist der Das ist der Zweite Gegner Der dritte Gegner Wenn wir den blöden Papageien mitzählen Also Also okay Wenn ich mal Mitrochronien einfach einsetze Außerhalb von Kämpfen Das heilt einfach ganz normal Das ist gut Zu wissen Und dann halt im Kampf Muss er sich wahrscheinlich wieder auffüllen So Eine neue Handgun Die wir Weise hoffentlich nutzen Boah 17 Oh sick Warte mal Warte mal Ne die Achso ne Die Munition ist dieselbe oder Ne ich hab keine Ahnung Äh ich denk mal schon So Gut Okay Ich geh einfach raus Ich hab jetzt die bisher Waffe ausgerüstet Genau Passt Äh Rate of fire 3 Was bedeutet das Äh Rate of fire 2 Ich Weiß es Hätt ich gesagt Okay Das sieht doch sehr schön hier aus Genau da wollte ich schon immer hin Sieht doch was aus wie zu Hause Okay Äh man lacht Im Kreis Im Kreis immer gelaufen Geil Und unten ist eine Kiste Oh die muss man uns eigentlich holen Die da Okay Ich wollte jetzt was testen Das hat jetzt leider auf Kosten Von meinem Leben Weil seht Darum geht es jetzt Also wir haben jetzt drei Schüsse Die wir einsetzen können Wir müssen aber wohlgemerkt Ähm Was gut zu Was hier Was man hier auch schön sieht Man muss nicht alle einsetzen Das ist echt komplett anders Dass ich hier dongelaufen bin Oder Ich muss doch am Ende eh wieder da unten hin Toll Das war ein geiler Gang Ähm Aber das Heilen macht die Sache echt hier leicht Dass wir die ganze Zeit immer auf unseren Helio zurückgreifen können Also ich kann mich immer schön außerhalb von Kämpfen hier hochheilen Und nur die Kämpfe werden dann ein bisschen tricky Okay liebe Leute Dann würde ich sagen Marschieren wir beim nächsten Mal hier weiter durch die Kanalisation Ich würde sagen Läuft bis jetzt doch eigentlich ganz gut Und dann bis zum nächsten Mal von Parasativ Haut rein auf wir sehen Ciao